Schießt man einzelne Photonen auf eine Oberfläche. So landet jedes Photon an einer anderen Stelle. Eine Voraussage wo welches Photon landet erweist sich als unmöglich. Bei diesem Experiment kanalisiert man das Licht. Das Licht strahlt durch eine Blende mit einem Doppelspalt. Es erscheint ein Interferenzmuster. Jedes Photon für sich, landet auf einen zufälligen Punkt am Detektorschirm, durch den Doppelspalt entsteht nun ein Muster. Dieses Muster ist aber charakteristisch für eine Welle. Die Photonen sind Teilchen. Was haben Teilchen mit einer Welle zu tun? Stellt man die Verteilung der Photonen in einem Piktogramm dar, erhält man eine Welle. Diese Welle ist aber nicht stofflich, so wie eine Wasser- oder Schallwelle. Diese Welle gibt vielmehr die Wahrscheinlichkeit an. Wo das Photon auftrifft. Schaltet man das Licht an und aus, so erscheint immer wieder das Interferenzmuster. Das würde ja bedeuten, dass ein Photon an zwei Orten gleichzeitig ist. Das Photon ist demnach in Superposition. Um genau festzustellen, ob ein Photon tatsächlich in Superposition ist, muss man eine Ortsmessung durchführen. Durch die Photonen-Messvorrichtung ist man jetzt in der Lage genau zu bestimmen, wo sich welches Photon befindet. Jetzt ist plötzlich das Interferenzmuster verschwunden, die Photonen scheinen plötzlich doch, Teilchen zu sein. Hört man auf zu messen, erscheint wieder das Interferenzmuster. Misst man erneut, verschwindet es wieder. Was passiert da eigentlich? Die Ursache für die genaue Ortsbestimmung ist eine Wechselwirkung. Eine Wechselwirkung lässt die Wahrscheinlichkeitswelle kollabieren. Durch diesen sogenannten Wellenkollaps, sind nur noch die Teilcheneigenschaften vorhanden. Ist der Impuls eines Teilchen scharf, so ist der Ort unscharf. Ist der Ort eines Teilchen scharf, so ist der Impuls unscharf. Dadurch ist es nicht möglich von Photonen Impuls und Ort gleichzeitig zu bestimmen. Licht hat demnach Teilchen und Wellen Eigenschaften. Dieser Welle-Teilchen-Dualismus trifft auch auf Elektronen, Protonen und Neutronen zu. Im Vakuum sind sogar Atome und Moleküle in Superposition.